Ja hallo, ich bin Marvin Krügel, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Siegen und ich bin Newcomer beim Gapgear-Programm und das hier ist gerade das Ende meines ersten Praktikums bei der CA Wendek. Ich habe mich für das Gapgear-Südwestfalen-Programm beworben, weil ich das zunächst in der Zeitung gelesen habe, habe dann so ein bisschen nachgeforscht und bin dann auch auf die Website gegangen, war dann der Meinung, dass das eigentlich ziemlich gut auf mich passt, weil ich mich seit Schulbeendigung so ein bisschen in der Orientierungsphase befand und ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Zurzeit sieht das so aus, dass ich morgens hier hinkomme und mich eigentlich selbstständig einfach nur noch in die Verwaltung setze, da ein paar Kollegen begrüße und denen dann da helfe bzw. meine eigenen Projekte dann verfolge. Das sah aber natürlich am Anfang ganz anders aus, also ich habe quasi erstmal einen Einblick in alle anderen Bereiche des Unternehmens bekommen und ja, da gab es dann ganz verschiedene Dinge, die ich dann durchgegangen bin. So zum Beispiel die Technik, das Füllfahren an sich, im Lager helfen, auch bei einem Verkaufsgespräch war ich bereits dabei, also sehr vielfältig und man erlebt eigentlich jeden Tag was Neues. Also ich habe mir auf jeden Fall erwartet, dass ich hier einen tiefgängigeren Einblick bekomme als zum Beispiel in meinem Schulpraktikum und dass ich auch einen sehr breit gefächerten Eindruck bekomme und gerade das ist hier wirklich sehr gut gelaufen, weil ich ja wirklich in alle Bereiche hier in diesem Unternehmen reingucken durfte. Also ich würde es den Leuten vor allen Dingen weiterempfehlen, die nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen oder vielleicht auch denen, die sich nicht sicher sind, ob sie jetzt ein Studium machen sollen oder eine Ausbildung.